Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick-Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute der Lego Disney Prinzessinnenmarkt, Prinzessinnenabenteuermarkt um genau zu sein. 817 Teile für 99,99 Euro. Erscheinungsdatum war der 1. Januar 2024, das heißt das Set ist mittlerweile seit 5 Monaten erhältlich. Ich bin bis dazu leider noch nie dazu gekommen, das zu bauen. Hol mal jetzt nach. Es sind mehrere kleine Gebäude, die man da bauen kann, natürlich von hinten offen. Es ist ja definitiv ein Spielset, Altersempfehlung 6+, 4 Mini-Doll-Figuren, 3 davon sind einzigartig zu diesem Set, also gab es in dieser Kombination noch nicht. Es sind also auch solche Ringe dabei, die man sich dann auch selber auf den Finger stecken kann. Ist vielleicht ganz nett. Ich würde sagen, genug gequatscht, lasst uns anfangen. Viel Vergnügen! Ich würde sagen, genug gequatscht, lasst uns anfangen. Ich würde sagen, genug gequatscht, lasst uns anfangen. Ich würde sagen, genug gequatscht auf das Schlager, losgequatschern. Ich würde sagen, genug gequatscht. Ich würde sagen, genug gequatscht, das händen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020